Litfas wird Ihnen präsentiert vom Café Hahn. Musik und Kleinkunst vom Feinsten. Die fünfte Jahreszeit geht endlich wieder los. Er lebe gemeinsam mit der Narrenzunft Gelb-Rot am Sonntag, den 4. Februar ab 16 Uhr in der Gutenstube von Koblenz, der Rhein-Mosel-Halle, ein unvergleichliches karnevalistisches Feuerwerk. Packt also Großeltern, Eltern, Freunde und Nachbarn ein und seid dabei, wenn es wieder heißt, Fasenacht erst Freude macht, wenn Gelb-Rot tanzt, singt und lacht. Vom 28. Januar bis zum 4. Februar verwandelt sich die CGM Arena wieder in eine Tennis-Arena der Extraklasse und präsentiert Deutschlands größtes Indoor-ATP-Tennis-Turnier aus Koblenz. So werden 2024 insgesamt 120.950 Euro Preisgeld ausgeschüttet, was ein starkes Teilnehmerfeld mit sich bringen sollte. Das Event verspricht erneut Weltklasse-Tennis und eine Woche voller atemberaubender Matches in der CGM Arena Koblenz. Im Jahr 2024 wird Schloss Ahrenfels erneut beim Schlossleuchten mit einem beeindruckenden Videomapping zur größten und schönsten Leinwand zwischen Koblenz und Köln. Die aufwendig produzierte Show wird auf dem Schlossgelände eine komplett neue Geschichte erzählen, die den Besuchern lange in Erinnerung bleiben wird. Für das leibliche Wohl wird es ein großes Getränkeangebot sowie verschiedene Speisestände geben. Auch dieses Jahr steigt am Schwerdonnerstag die größte Karnevalsparty auf zwei Flores im kurfürstlichen Schloss in Koblenz. Der Einlass ist ab 16.30 Uhr. Tickets gibt es ab 15,75 Euro. Wie sie unvermeidlich glücklich werden. Eine steile These. Doch Manfred Lütz, Psychiater, Psychotherapeut und Bestsellerautor, belegt sie in einem höchst amüsanten, aber auch nachdenklichen kabarettistischen Vortrag. MV ist gnadenlos ehrlich und gleichzeitig grenzenlos witzig. Seine Auftritte haben ein brillantes Timing und viel Schwung, sind ehrlich, authentisch und vielschichtig. Die einen nennen es Southern Rock, die anderen Bluesy-Hetro-Rock. Wenn man Tim Husung fragt, antwortet er meist mit echter handgemachte Rockmusik mit Herz und Eiern. Bei dieser Band passt alles zusammen und macht Sinn. Die Stimme, die Optik und der Sound. Das Publikum wird auf eine musikalische und emotionale Achterbahnfahrt durch die verschiedenen Epochen mitgenommen, in denen Bowie die Bühnen des Pop dominierte. Roberto Capitonis Comedy-Club geht in die nächste Runde. Mit dabei sind Tobi Freudenthal, Jens Neutag und Fee Badenius. Als Bielefelder beschäftigt Abdelkarim eine zentrale Frage. Ist die Welt zu schnell oder ist er einfach zu langsam? Sein Motto ist klar. Warum kleine Ziele, wenn man auch mit großen scheitern kann? In seinem neuen Programm wird René Steinberg radikal. Radikal lustig, fröhlich, optimistisch, bunt und hat alternativlos den Spaß im Auge. Denn es reicht. Wir haben genug von Ernsthaftigkeit, von Wut, Meckerei und Geschrei an der Ampel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017